Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Wir haben gerade mal 7.50 Uhr und ich mache mich fertig ins Training zu gehen. Ich habe Homeoffice und ich dachte mir, davor gehe ich ein bisschen joggen, nicht draußen, darauf habe ich irgendwie gar keinen Bock. Ich gehe ans Laufband, trainiere ein bisschen und zeige euch mal meinen kleinen Ablauf vor dem Homeoffice. Das erste Mal. Ich war überpünktlich und schon so um 7.58 Uhr da, bevor die überhaupt geöffnet haben und ich war der zweite. Schon 20 Minuten circa gelaufen und ich habe schon geschnippt wie sonst was. So, jetzt der Endspurt. 30 Minuten. Ich wollte dann noch so einen Cooldown und ein bisschen langsamer laufen. Aber das war's. So, hier habt ihr, ist ein verschwitzter Pane. Das hat mich echt Mühe gekostet, mich wieder so aufzurappeln und zu sagen, komm, ich gehe jetzt regelmäßig wieder ans Laufband und so. Ich habe heute damit angefangen und ich hoffe, ich ziehe es auch ordentlich durch. Irgendwann kommt die Motivation und wenn man sie hat, dann muss man die auch ordentlich nutzen. Here we go. Ich habe nach einer Zeit wirklich so Schmerzen am linken Fuß gehabt. Aber egal, durchziehen und halbe Stunde habe ich dann auch geschafft. So, Freunde, jetzt sitze ich hier frisch geduscht und mit einem Hemd und ganz normal wie bei Homeoffice mit Jogginghose. Und habe hier gleich meinen nächsten Termin, bin am arbeiten so und es hat sich so die Zeit ergeben, dass ich einen kleinen Vlog hier noch zu Ende drehen kann. Es war saukalt morgens, ich hätte gar gern Bock, so ich dachte, boah, während alle hier zur Arbeit fahren, das wäre eigentlich ich selbst gewesen. Ich hätte auch um diese Zeit eigentlich früher losfahren müssen. Gehe ich erstmal entspannt ins Fitti, war dann so ungefähr eine halbe Stunde laufen. Die Kacke war halt, die Fitnesstrainerin dort hat sich verspätet und hat die ganzen Cardio-Geräte erst später angemacht. Dementsprechend habe ich etwas Zeit verloren, aber kann ja jedem mal passieren, ein bisschen zu spät zu kommen und sonst wie man sehen, was mich noch erwartet. Aber das war mal ein Versuch von mir, mal vor der Arbeit ein bisschen ins Training zu gehen, zu laufen. Das hatte ich schon immer mal vorgehabt und mir wäre es zum Beispiel zu kalt gewesen, jetzt draußen zu joggen, beziehungsweise hätte ich jetzt aktuell gar keine Lust. Früher habe ich es ja im Sommer durchgezogen, jetzt erstmal aufs Laufband. Und mal sehen, ob ich das jetzt auch weiterführen kann. Morgen müsste ich zum Beispiel wieder ins Büro. Aber wenn ich dann die Möglichkeit habe, Homemöpfels weiterzuführen, dann versuche ich euch natürlich, euch mitzunehmen und vorher dann noch ins Training zu gehen. Wir sehen uns in einem anderen Video. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Ich muss weiterarbeiten.